Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker, please. In der Zone trifft man in letzter Zeit wirklich nervige Tipps. Ja, so nervig wie du. So, ich bring mich mal wieder in die Sümpfe. So, ähm, Fischerdorf. Gehen wir. Alle so nervig hier. So, wunderbar. Äh, gleich mal speichern. Dann gucken wir mal auf den PTA. Gut, dann werden wir jetzt mal die Kirche uns in Angriff nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes in Angriff nehmen. Solange es noch hell ist und wir was sehen. Dann werden wir uns die mal vornehmen. Die Nonnen und Priester. Verjagen wir sie aus ihrem Gebäude. Ja, da hinten sieht man eh schon den Kirchturm. Werden wir uns die mal vornehmen. Verteidige das Lager. Ihr könnt mich mit euren. Verteidige das Lager. Verteidige euer Lager. Doch selber. Wat war das? What the? Ich hab hier ein Schwein gehört. Ich hoffe, das greift mich jetzt nicht hinterrücks an. So, schauen wir mal. Zwei Kontakte. Ich seh die gar nicht. Ja, ganz ein bisschen. Der hat eine Pistole in der Hand. Ansonsten kann ich mal hier keinen erkennen. Gut, aber er zeigt mir vier Kontakte an. Das heißt, wir werden es versuchen, wieder von der Seite oder von hinten so ein bisschen anzuschleichen. Schön langsam und leise. Tja, dauert zwar immer ein bisschen länger, aber... Wir ersparen uns dadurch vielleicht ein paar... Ah. Ah. Das haben sie uns gesehen. Tada. Gut. Uh. So, können wir da irgendwo rein? Gibt's da vielleicht ein Loch in der Mauer? Sieht nicht danach aus. Und da will ich jetzt noch nicht hin. Ich könnte mal probieren. Keine Ahnung, wo ich was getroffen habe. Egal. Nun, von hier wäre es gut. Hier auf den kleinen Dreckhaufen. Da könnten wir schön... Gibt's hier noch mehr Dreckhaufen? Ein taktischer Dreckhaufen. Nein, leider nicht. So, und jetzt muss ich gleich niesen. Ah, schön. Ach. Niesen ist was Schönes. Da kann man so richtig... Ah, da fühlt man sich danach wieder so richtig lebendig. Da weiß man, dass man lebt. Ah, toll. Die haben sich in die Kirche zurückgezogen. Und der steht mit dem Rücken zu uns, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, ich könnte versuchen, hier reinzuschleichen. Keine Ahnung, ob sich das ausgeht. Ja, müsste sich ausgehen. So, speichern. Ha. Schön, dann sind wir schon mal hier drinnen. Könnten wir uns vielleicht der Kirche von hinten nähern. Da kommt jemand. Man sieht den grünen Punkt auf ihn. Ja, du Selbstmörder. Das überlebst du doch niemals. Gut, aber der könnte hier ein bisschen ablenken vielleicht. Und der hat eine MP. Der hat eine MP. Ich glaube, hier stehe ich nicht mal blöd. Ach, da ist noch einer. Ach, wieder einer mit einer Pistole. Ihr macht mich noch wahnsinnig mit euren. Kleine Kugelspuckern. Au. So, immer noch zwei Kontakte. Aber ich würde sagen, die... Dings macht sich bezahlt. Au. Arsch. Ja, ich würde sagen, die Modifikation der... Rüstung, die hat sich mehr als bezahlt gemacht. Ah, wie geht. Schön. Und dann gehen wir wieder ein bisschen Zeug einsammeln. Und das hier ist frisches Wasser. Das ist nicht mal radioaktiv. Schön. Natürlich haben sie es vergessen, das radioaktiv zu machen, oder? Das ist wirklich sauberes Wasser. Rucksack bei Matratze. So. Ja, hier liegen auch noch ein paar. Einfach so rum. Ja, sag ich doch. War ein Selbstmordkommando. Kollege. Dass der Plan nicht aufgeht, das hätte ich dir gleich sagen können. Aber gut. War ein bisschen Ablenkungsmanöver. Für uns nicht schlecht. Für ihn schon, aber ja. Egal. So. Jetzt haben wir alle. Ah. Hey, da steht ein Wodka rum. Gut, aber leer. Wahrscheinlich. Da haben wir eine Kiste. Eine. Fliegende. Hm. Hä? Hä? Konnte ich doch gerade. Ach so. Gut. Nichts drin. Ähm. Wo soll hier ein Versteck sein? Ach, außerhalb. Soll hier ein Versteck sein? Bei den Baumstämmen. Ich sehe hier gar nichts. Ach, hier? Aha. Aha. Schön versteckt. So. Gibt es hier außen noch irgendetwas? Nein. 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 Das sieht alles eigentlich relativ. Leer und friedlich aus. Aber. Aha. Endlich mal. Ja. Nur fast. Keine Munition. Na ja. Na ja. Na ja. Da liegt eine Rose rum. Die kann ich auch nicht nehmen. Weil ich kann hier irgendwie nichts nehmen. So. Ah. Da haben wir. Wieder eine kleine Versorgungskiste. Ah. 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 Wie geil. Ah. 12 und 7. Das ist. Ah. Das hat sich ja gelohnt, die Kirche hier auszunehmen. Ja. Schön. Oh. Was gibt es denn hier oben? Gibt es hier auch noch was Schönes? Bisschen Munition. Moment. Wir hatten der Schlupfloch der Abtrünnigen eingenommen. Jetzt müssen wir nur noch die Wege zu dürfen oder was? Unsere Kontrolle bringen. Los jetzt. Meldet euch schon. Hey Bruder. Wir wissen nicht, was los ist. Ja. Halt mal die Klappe. Ich melde mich schon. wenn ich Zeit habe. Herr Bruder. Haben sich in ihr getaner Scheiße geritten. Der Wichter herrscht doch Trin und helft ihnen. Keine Sorge, Puls. Wir gehen schon. Achtet auf jede Bewegung. Der Gegner könnte direkt hinter uns sein. Was machen die denn? Ach. Greifen die gerade die Basis an? Ja. Äh. Hallo. Ich bin noch hier in der Kirche. Oh Mann. Ich würde zuerst gern mal die Kirche ausnehmen. Bevor ich hier anderweitig mich aktiv beschäftige. Oh. Hier gibt es nix. Boah. Jetzt muss ich da rüber balancieren. Und jetzt scheint mir die Sonne schon wieder auf dem Monitor. Boah. Ah. Böse Sonne. Böse, böse Sonne. Auch nix drin. Ist auch nix drin in den Kisten mehr. Na gut. Dann schaue ich noch mal da vorne die Leiter runter. Hüpp. Du hättest runterklettern sollen. Nicht runterspringen. Ah. Ah. Oh. Was liegt denn hier? Ein Haufen Munition. Ah. Hier ist das von oben runter gefallen. Moment. Ist dann hier auch was runter gefallen? Tatsache. Haha. Tatsache. Ah. Geil. Da fällt einfach das Zeug von oben runter. Das ist ja seltsam. Äh. Hallo. Ich hätt gern die Munition. Dankeschön. Schlage den feindlichen Gegenangriff zurück. Was für ein feindlicher Gegenangriff. Hier. Ne. Das sind die Zugänge zu August. Ah. Ich hab hier. Keine Ahnung. Finde Verbesserungen. Speicherstick mit Daten über meine Mündungsbremse. Haben wir noch keinen. Ne. Die sind alle mit an. Casting. Äh. Was machen wir denn? Was machen wir? Die Ziehenburen oder was? Die Ziehenburen. Die Ziehenburen. Die Ziehenburen. Ich schau da mal lieber rauf Ich kann da gar nicht raufklettern Ah Der Feind fällt hier ein Ja gut, ist auch okay Und hier kommt meine besondere Granatku Oh oh Granata Ich seh da gar nichts, keinen da draußen Verweinen Verweinen Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen Ob da draußen noch jemand ist Aha, wir haben einen Angriff abgewehrt Okay, das ist gut